Genau, herzlich willkommen zur Session Objectives and Key Results als Möglichkeit zur Gestaltung lebendiger Bildungsorganisationen. Mein Name ist Hendrik Epe. Ich beschäftige mich eigentlich im Hauptbereich sozusagen oder in der Hauptperspektive mit sozialen Einrichtungen. Also ich arbeite zum einen an der Katholischen Hochschule in Freiburg und zum anderen berate ich soziale Einrichtungen mit, ja sagen wir mal, der kleinen Beratungsagentur oder wie auch immer man das nennt, Idee Quadrat. Also ihr findet mehr unter ideequadrat.org und gleichzeitig durch die Beschäftigung auf der einen Seite an der Katholischen Hochschule und inzwischen auch durch die Beschäftigung mit verschiedenen Bildungsorganisationen. Also einerseits eben die Hochschule selber, aber auch auf der anderen Seite begleite ich gerade zwei Volkshochschulen, einen Volkshochschulverband, also einen Landesverband und eine ganz kleine Volkshochschule im ländlichen Raum. Und ich habe in den letzten Monaten ein Gymnasium begleitet bei der Visionsentwicklung für den MEP, also den Medienentwicklungsplan. Das werden die viele von euch vielleicht kennen. Deswegen bin ich sozusagen auf die Frage zunehmend aufmerksam geworden, wie gelingt es eigentlich, Bildungsorganisationen zu gestalten, die, also was verschiedene besondere Herausforderungen hat sozusagen. Und ein Tool oder ein Framework, eine Methode, wie auch immer man das nennt, kann man auch darüber diskutieren, mit denen ich in sozialen Organisationen ganz gerne arbeite, sind die Objectives and Key Results. Und meine Frage ist tatsächlich, also es ist wirklich eine offene Frage, kann man dieses Konzept an Bildungsorganisationen, vor allen Dingen Schulen und Hochschulen auch übertragen, um sozusagen mehr, Dejan hat das Wort eben schon gebraucht, mehr Agilität sozusagen einfließen zu lassen. Ich habe einen Weg mit euch vor, den zeige ich euch jetzt hier einmal. Ich würde einmal kurz damit anfangen, was sind eigentlich Objectives and Key Results, wie geht das? Also was ist diese Methode? Der zweite Schritt dann, warum Veränderung von Expertenorganisationen oder ExpertInnenorganisationen eigentlich so schwierig ist. Und da gibt es besondere Herausforderungen, die mir spätestens seit der Beschäftigung an der Hochschule zunehmend deutlich werden. Und dann die Diskussion mit euch zusammen, kann dieses Framework OKR hilfreich sein? Ja, also für die Gestaltung lebendiger Bildungsorganisationen. Aber die erste Frage natürlich, was sind eigentlich OKR? Das basiert quasi darauf, dass man in Organisationen ja immer irgendwas zu tun hat. Also man wurstelt sozusagen vor sich hin, manchmal mehr, manchmal weniger. Ganz viele Dinge, die sozusagen anfallen. Und die Grundfrage lautet natürlich, was hat das, was getan werden könnte, mit dem zu tun, was getan werden sollte? Also sozusagen die Vision im Vordergrund zu haben, die Strategie daraus abgeleitet. Und tun wir eigentlich sozusagen das, was in der Strategie drinsteht, um diese Strategie auch umzusetzen? Das hängt ganz viel zusammen mit der Fragestellung, welche Erwartungen gibt es eigentlich an das Team oder an die Person, an dich in der Organisation? Hängt natürlich ein bisschen auch mit dem individuellen Erleben zusammen. Also manchmal wurstelt man so vor sich hin und dann kommt man auch irgendwo an, aber ohne sozusagen, dass man überhaupt die Erwartungen erfüllt, wollen wir denn überhaupt dahin, wo wir gerade unterwegs sind? Ja, also sind wir auf dem richtigen Weg, uns sozusagen in eine gewünschte Zukunft zu entwickeln? Da kommt dann dieses Konstrukt Objectives and Key Results rein, das lässt sich als Framework um die Mission der Organisation, also Mission als Zweck der Organisation und dazu Hilfenahme der Vision und der Strategie zum Leben zu erwecken. Ja, also wozu sind wir da? Schule beispielsweise, keine Ahnung, Bildung, was auch immer dann da genau wieder drunter zu verstehen ist. Die Vision, wir wollen eine zukunftsfähige oder zeitgemäße Bildung haben, dafür haben wir eine Strategie, die hat die und die Ziele, vielleicht ein Ziel Digitalisierung, technische Ausstattung. Das nächste Ziel aber halt irgendwie Bildung anders zu gestalten und so weiter und so weiter. Und Objectives und Key Results kann dazu dienen, diese Ziele sozusagen zu verfolgen. Die Grundvoraussetzung, damit dieses Framework gelingen kann, ist das Vorliegen eines Leitbilds, das sich eben aus Mission, Vision und einer Strategie zusammensetzt. Also die Frage schon hier, die ich mir gestellt habe, haben Bildungsorganisationen, ich komme, oder Expertinnenorganisationen, da komme ich gleich nochmal dazu, eigentlich eine Vision und eine entsprechende Strategie? Ja, also gegebenenfalls steht das irgendwo drauf, aber kennt man die eigentlich und wird die tatsächlich gelebt? Und Objectives und Key Results zeichnen sich durch diese kurzen Zyklen aus. Also das ist sozusagen ein wesentlicher Aspekt dabei, sehr, sehr kurze Zyklen der Zielformulierung und der Zielüberprüfung im Gegensatz zum Beispiel zu Jahreszielen. Also Management by Objectives, das kennt man von früher sozusagen. Es gab mit den Mitarbeitern ein Zielgespräch am Anfang des Jahres. Führungskräfte unter euch, die sagen irgendwie, das war die Katastrophe. Also einen Monat lang haben wir quasi nichts anderes gemacht als Zielgespräche geführt, um am Ende des Jahres dann festzustellen, ja, okay, die Ziele haben wir sowieso nicht erreicht, aber es ging eigentlich gar nicht mehr um die Ziele, sondern es ging um ganz viele andere Sachen und spätestens Corona hat uns ja gezeigt, dass solche Perspektiven von einem Jahr schon eigentlich viel zu lang sind, um sozusagen lebendig bleiben zu können. Hierbei aber auch nochmal durch die auf Team-Ebene selbstbestimmte Entwicklung der Ziele. Also von oben sozusagen, wenn man eine Organisation sehr hierarchisch denkt, wird von oben sozusagen die Strategie und die Vision vorgegeben und die Teams selber auf der unteren Ebene oder die Menschen selber auf der unteren Ebene in der Umsetzung sozusagen gestalten ihre eigenen Ziele, wie sie diese Vision oder die Strategie umsetzen können. Das ist der wesentliche Aspekt dabei, sozusagen von oben und von unten ein Hinbewegen auf sozusagen die Umsetzung der Strategie. Objectives und Key Results lassen sich damit als Möglichkeit der Agilisierung von formal hierarchisch strukturierten Organisationen verstehen. Das finde ich ein wesentlicher Aspekt dabei. Komme gleich auch noch dazu zum Schluss zu sagen, dieses Construct Objectives und Key Results hat schon was sehr, sehr Maschinelles, ja, also was sehr Maschinenhaftes, aber wir arbeiten nun mal in diesen Organisationen. Das ist ja schön sozusagen, wenn sich alle mit Reinventing Organisations auseinandersetzen und sagen, jetzt machen wir das alles irgendwie in selbstbestimmt und autonom agierenden Teams und so weiter. Die haben wir aber nicht, ja, also die haben wir in unseren Organisationen nicht, sondern wir haben sozusagen erstmal die Rahmenbedingungen, die wir haben und da finde ich diesen Ansatz tatsächlich ganz passend. Also das gleich aber nochmal näher drauf einzugehen. Es gibt ein paar Grundprinzipien, da will ich gar nicht irgendwie näher drauf eingehen. Das könnt ihr auch nachher nachlesen. Also sowas wie der Fokus auf maximal vier Ziele gleichzeitig keine Verbindung der Zielerreichung mit extrinsischer Motivation. Man könnte ja annehmen, wenn das Team die Ziele erreicht hat, dann gibt es aber einen individuellen Bonus, also mehr Geld oder sowas, sondern das hat damit alles nichts zu tun. Die Ziele sind transparent. Also jeder in der Organisation hat die Möglichkeit, die Ziele der anderen Organisationsmitglieder oder Teams zu sehen und auch mit denen sozusagen darüber ins Gespräch zu kommen. Leitbild ist klar für alle Mitarbeiter. Das sind alles sozusagen Grundprinzipien, die für ein gutes Funktionieren dieses Modells, Objectives and Key Results wichtig und relevant sind. Ein wesentlicher Aspekt ist eben dieser Transparenz Aspekt. Also man kommt wirklich darüber ins Gespräch über das, was sozusagen die Ziele der einzelnen Teile der Organisation sind oder der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder der Teams. Das hier nochmal sozusagen grafisch dargestellt. Man braucht ein Leitbild. Das steht ganz am Anfang. Also das Leitbild je nachdem, je nach Perspektive der Organisation. Bei einer Schule kann man sicherlich auf fünf Jahre gehen, zu sagen, okay, das ist unsere große Vision und das sind die strategischen Themen. Die Molds sind hier nochmal explizit drin aufgeführt. Da kann man drüber streiten, ob die sozusagen sinnvoll sind. Das bedeutet quasi, was sind denn eigentlich unsere Ziele oder unsere Themen, sozusagen eher Themen, mit denen wir uns in der Organisation in diesem Jahr beschäftigen wollen. Ja, also diese Fünfjahresperspektive ist oftmals so weit und so groß, dass es schwierig ist, die auf das Konkrete runterzubrechen und dann zu sagen, okay, in diesem Jahr wollen wir Thema XY oder die Themen XY in den Vordergrund stellen und uns darauf fokussieren und das sind diese Molds, die da drin sind. Und dann kommt man quasi in so einen OKR-Zyklus, wie das hier in der Mitte steht. Heißt konkret eigentlich sowas wie so ein agiles Framework. Man setzt sich hin, plant die Ziele und die Key Results der einzelnen Teams. Man überprüft die im Team wöchentlich. Deswegen gibt es da diese OKR-Weeklies. Dann gibt es ein OKR-Review. Also sind wir sozusagen nach, sind wir auf dem richtigen Weg von dem? Also sind unsere OKR nach dem letzten Zyklus sozusagen noch die richtigen und wo müssen wir sie anpassen? Brauchen wir neue? Und so weiter und so weiter. Und es gibt die Retrospektiven. Also wie gelingt unsere Zusammenarbeit eigentlich in diesem ganzen Konstrukt? Also erfüllen wir sozusagen die Bedingungen, damit die Methode oder dieser Framework auch gut in der Organisation funktioniert? Es gibt dann eine OKR-Liste, also einen Backlog. Was könnten auch zukünftig Themen sein? Was könnten Ziele sein, die wir umsetzen wollen? Sozusagen neue Ideen, die wir haben und einbringen können? Und es gibt hier unten nochmal aufgeführt der OKR-Master, der da angeführt ist. Der OKR-Master ist quasi in einer Organisation derjenige, der sich um den reibungslosen Ablauf sozusagen der Methode kümmert. Also wo werden die Sachen gespeichert? Wo hat man transparenten Zugriff darauf? Sind die Teams alle auf einem guten Weg? Und so weiter und so weiter. Also eine Person sozusagen, die sich darum kümmert, um diesen Weg dahinter. Ich habe ein OKR-Canvas gebastelt, basierend auf einer Beratung von einer sozialen Einrichtung, die ich begleitet habe. Hier unten steht nochmal die Internetadresse drin, wo ihr das runterladen könnt. Die stelle ich aber auch gerne nochmal in den Chat ein. Gleich sucht die nochmal raus. Dann könnt ihr da auch drauf zugreifen. Das ist quasi so, wenn ihr mit einem Team zusammensitzt, zu sagen, okay, wir nehmen mal den Zeitraum Quartal 1, beschäftigen uns mal damit. Was sind denn die wichtigen Punkte sozusagen, auf die wir schauen sollen? Das nur sozusagen als Möglichkeit, da drauf zu schauen. Jetzt hier nochmal der Hinweis dazu, das, was ich eben gesagt habe. Also das ist doch eine sehr, sehr maschinelle Denklogik. Das muss man so ein bisschen im Hintergrund behalten. Also es ist jetzt nicht die Denklogik der kompletten, selbstbestimmt agierenden Teams, die sozusagen keine Führungskräfte mehr brauchen, die mit agilen Methoden und mit ganz viel Inner Work, wie da ein berühmtes Buch zu heißt, sozusagen sich mit sich selber vorankommen, sondern es ist schon noch eine sehr maschinelle Logik. Also wenn oben sozusagen die Ziele stehen, dann setzen die Teams unten diese Ziele um und das muss man im Blick behalten, weil soziale Systeme oftmals so einfach nicht ganz funktionieren. Also die Frage dahinter ist dann immer so, welcher Organisationsform oder welchem Organisationstypus gelingt es eigentlich, diese Herausforderungen zu bewältigen, zukünftige Herausforderungen. Und wir sind halt noch eingebunden in klassische Strukturen. Jetzt kurzer Switch zu Expertenorganisationen. Was ist das eigentlich? Also das sind Organisationen, in denen vornehmlich hochqualifizierte SpezialistInnen arbeiten. Heißt konkret sowas wie Schulen und Universitäten sind die besten Beispiele dafür. Also da arbeiten ja, also in der Schule arbeiten, sagen wir mal, zu 80 Prozent zumindest. Lehrerinnen und Lehrer, die sozusagen Fachexperten sind für ihren Themenbereich, die da drin sind und nicht Organisationsexperten. An der Hochschule oder Universität kann man sozusagen nochmal so eine Zweiteilung machen. Wir haben auf der einen Seite den Lehr- und Forschungsbetrieb und wir haben auf der anderen Seite den Verwaltungsbetrieb. Leider ist es da festzustellen, dass der Verwaltungsbetrieb oftmals langsam Überhand nimmt. Also diese Anteile sind nicht mehr ganz klar. Gleichzeitig ist aber der Lehr- und Forschungsbetrieb derjenige oder der Teil der Organisation sozusagen, der bestimmt, wo die Organisation lang geht. Also die Verwaltung sozusagen ist nicht der Bereich, der die Ziele bestimmt. Auch da gibt es dann verschiedene Merkmale. Die Leistungsfähigkeit der ExpertInnen ist die wichtigste Ressource dieser Expertenorganisationen und die setzen auf eine enorme Autonomie. Also jeder sozusagen in der Organisation ist sein eigener sozusagen Chef, wenn man das will, bei Hochschulen nochmal extremer gegebenenfalls als an Schulen, aber auch sozusagen an staatlichen Schulen ist es natürlich ein spannendes Thema zu sagen, wer kann eigentlich dem oder der Beamtin mitteilen, was er zu tun hat. Oder sozusagen wirklich vorgeben, welche Ziele umgesetzt werden können. Das ist in anderen Organisationsbereichen anders. Die Motivation der ExpertInnen hängt vor allen Dingen mit ihrer eigenen Arbeit zusammen, also mit ihrer Profession und ihrer Disziplin. Also der Professor XY kümmert sich sozusagen um das Thema, was weiß ich, sagen wir mal, unterstützte Kommunikation, weil er sich damit identifiziert und nicht zwingend mit der Organisation Hochschule. Es gibt, das habe ich dann zitiert von Ada Pellert, inzwischen Rektorin der Fernuni in Hagen, die das 2000 geschrieben hat, es gibt weniger Interesse für die Ziele der Gesamtorganisation. Diese wird lediglich als ein notwendiges Übel angesehen, das man in Kauf nimmt, um an bestimmte Ressourcen zu kommen. Also der Professor ohne Hochschule wäre natürlich auch nicht denkbar, genauso wie der Lehrer oder die Lehrerin ohne Schule nicht denkbar wäre, aber er oder sie nutzt sozusagen diese Organisation nur, um daran zu kommen. Ja, dann gibt es auch den Aspekt der Macht. Ja, also es geht nicht um Hierarchie, sondern es geht um Expertentum eben dabei. Deswegen muss oben sozusagen nicht derjenige sitzen mit der größten Kompetenz für die Führung von Organisationen, sondern auf einem bestimmten Fachgebiet. Hinsichtlich der Etablierung neuer Strategien und Strukturen erweisen sich Expertenorganisationen als äußerst unbeweglich. Also jetzt kann jeder darüber nachdenken, was mit dem Schulsystem und dem Hochschulsystem in Zeiten der Pandemie passiert ist. Erstmal relativ wenig. Also die Bewegung sozusagen da reinzukriegen ist schwierig. Experten scheuen Reglementierungen, sehen Veränderungen skeptisch und begegnen diesen mit großem Widerstand. Dies hat weitreichende Konsequenzen für Change-Management-Prozesse. Also auch dieses ganze Thema digitale Transformation in Schulen oder Hochschulen hängt sicherlich zu teilen mit diesen Aspekten zusammen. Der Frage, wer arbeitet denn da eigentlich und wer gestaltet diese Organisationen? Und damit komme ich zum Ende und würde mit euch tatsächlich gerne ins Gespräch kommen zu dieser Frage. Kann diese Logik der Objectives and Key Results eine Möglichkeit sein, Bildungsorganisationen, also Expertenorganisationen, vor allen Dingen Schulen und Hochschulen, das ist sozusagen meine Perspektive gerade, ja, in der Veränderung und in einer schnelleren und sozusagen besseren Weiterentwicklung zu unterstützen? Heißt eben konkret, gibt es eine Vision, wo wir hinwollen? Ist der Zweck der Organisation eigentlich klar und könnte man, das sozusagen der Konjunktiv, könnte man über dieses Framework da gestalterischer sozusagen tätig werden? Und genau, ganz herzlichen Dank dafür und jetzt bin ich gespannt auf die Diskussion. Ich beende die Aufzeichnung jetzt.